Wie denn? Alexander Neudeck. Alexander Neudeck. Schreiben wir dann Neudeck? Ja, am besten. Ne, wir müssen auch noch einmal wissen. Wir können noch einen Entwurf haben. Ne, die war Neudeck. Wie Neudeck? Neudeck. So? Genau. Danke. Der soll noch die wagen oder kann man sich die leihen? Ne, das mir. Privat. Was kostet so einen Spaß? 600 Euro. Einer? Ne, 600 Euro. So 200. 2,300. Also neu so 400. So 200 Euro. So 200 Euro. So 200 Euro. Ja. Es gibt auch das noch. Es gibt auch das noch. Ja, klar geht's um. Genau. 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 Das ist die GoPro HD und ich habe die Grunder HD. Ja. 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 Nein, das ist auch knapp. Das ist cool. Und ich halte auch. Das ist nicht weg. Ja. 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 Das ist das. Ja. Ich habe mich daran geschmeckt. Ja, ich habe keine Geräusche. Ja. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.